Seit 25 Jahren, seit der Reichstagsverhüllung, haben wir an jedem Projekt, das realisiert wurde, teilgenommen und haben festgestellt, dass es jedes Mal so eine ganz besondere Atmosphäre gibt. Wir sind ja auch oft vor den Projekten schon da gewesen. Schon bei der Entstehung, ein paar Wochen vorher, wenn das Ganze anfing, sind wir schon mal nach Italien geflogen oder eben nach London geflogen und haben die Entstehung auch miterlebt. Also es ist schon sehr, sehr, sehr kraftvoll, an diesen Projekten entlang zu laufen und zu sehen, was dieses Paar für außergewöhnliche, verrückte Ideen hatte. Das vermittelt uns wirklich das Gefühl der absoluten Kraft, die auch hinter den Arbeiten tatsächlich steht. Also die beiden sind wirklich unique.